Hey Leute, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Quad-Fahrt-Challenge. Da haben wir Papa, Ash, Mama, Marvin, was ist auch da? Ich war gerade eigentlich auf dem Weg zum Strand. Ich hoffe, man hört mich. Es ist ein bisschen windig hier. Auf jeden Fall werden wir Quad fahren. Wir haben gesehen, hier ist ein Quad fahren. Ich würde sagen, fahren wir direkt los. Auf jeden Fall war ich hier irgendwann früher schon mal. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich in den Busch gefahren. Also so ein bisschen in den Graben reingefahren fast, weil ich nicht wusste, wie man bremst. Ein bisschen staubig ist es hier auch, sandig. Aber ich muss sagen, es ist mega cool, Quad zu fahren. Ich bin gespannt, wie das wird und ob ich schneller sein werde. Mal gucken. Auf jeden Fall schreibt gerne in die Kommentare rein, ob ihr auch schon mal Quad fahren wart oder nicht. Aber ich weiß, es ist mega cool. Also Helme gibt es auch. Perfekt. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Jetzt müssen wir nur warten. Ewigkeit, bis wir dran sind. Ach wie cool, man sieht sogar, womit man fährt. Oh, der erste ist auf dem Quad. Ash ist am Fahren. Also zum Glück nimmt niemand hier auf. Staub gibt es ja auch ohne. Komm, jetzt noch einen passenden Helm. Ich weiß nicht, was ist das hier? Ich habe jetzt die XL und L. Wenn das nicht passen, dann weiß ich auch nicht, was ich für ein Dickschild habe. Guck, ob es passt. Ja, ich denke mal, es passt. Sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Der sieht gut aus. Hält nicht. Egal. Okay, ich sehe komisch aus. Gerade die Haare, die unten rauskommen. Guck, was ist das denn? Hilfe. Aber sicher ist sicher, ne? Und da ist Papa der fährt gleich schon direkt los. Oh, ich nehme gerade auch auf. Dann mal schauen, was hier so abgeht. Es ist windig. Irgendwie ziemlich, finde ich, hofft, man hört mich überhaupt. Keine Ahnung. Oh, wo laufe ich denn hier rein? Schön, dass ich mit meiner weißen Studie durchlaufe. Geil. Die werden nachher eh nicht mehr weiß sein nach dem Fahren. Ähm, äh. Hallo, unser Nächster. Ähm. Was geht? Na, gehört mir nicht. Da ist er. Oh, 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 oh. Flecken. Das gleicht nicht aus bei so einem heißen Fahren. Oh, ich sehe es so. Oh ja, das große ist für mich. Ich bin gespannt, wie das ist. Da bin ich noch nie mit so einem großen Quad gefahren. Ich glaube, das wird cool. War bitte nicht im Graben. Nee, damit habe ich die Erfahrung gemacht. Das war ja nicht normal. Mal aufsetzen. Und dann kannst du losgehen. Alles leise auf einmal. Hallo, erst einmal aus dem Quad. Und dann kannst du losgehen. Hier wirklich super. Ja? Adler! Ich lasse sie gar nicht laufen. Und hier ist noch einer. Okay, sieht cool aus. Immer low. Mal filmt das Geschehen von hier nochmal. Ja, für Max. Oh, wir sind hier stauben. Genau, man muss aufpassen auf die anderen Kinder. Ja. Max drängelt aber auch ganz schön, ne? Ja, da ist ein Stau jetzt. Boah, was machst du da? Er ist am Start. Max am Start. Ja. Mal Gas. Oh. Ja, die Kleinen sind alle raus. Das ist so gut. Dann sind die Großen dran. Ja, die sind ja auch. Aber die anderen haben es auch gemacht. Passt auf. Mal ein Block hier am Start. Oh, Max. Max, uuuhh. Max, uuuhh. Es kommt auch noch, Esch, das ist gut, dass du hier vorbeigelassen hast. Da haben wir ja den ersten, ne? Uuhh. Uuuhh. Und Rex hat keine Zelle. Er ist halt jetzt nicht da gefahren, ne? Ich hab schon sattelnden Augen. Ich hab schon sattelnden Augen. Und hier kommen die beiden Renner. Marvin floggt. Und Max echt so. Und Max hat zweite Stelle. Max wartet. Aber hier wird's noch ein bisschen enger. Und Marvin hier am Start. Max wartet hier kurz mal. Bis der etwas langsamere Fahrer, ähm, ja, fährt. Das macht nix. Langsam kommt man auch ans Ziel. Hinstellen! Und wie war die Fahrerei jetzt? War gut. Hat nicht Spaß gemacht. Ihr wart doch immer ein bisschen schneller als ich unterwegs, ne? Ich hab so viel Sand in den Augen. Ja, und dein T-Shirt hört auch so aus wie meins. Weiß ich nicht. Aber ich hab die Kamera mega viel abbekommen. Erstmal ganz kurz den Helm beiseisen legen. Ich muss sagen, ich hab so viel Sand abbekommen im ganzen Gesicht. Das ist schlimm. Die Kamera auch. Also meine Kamera ist voller Sand, Staub. Das ist halt gar nicht mehr cool. Aber ich hab's mega Spaß gemacht. Meine Hände fühlen sich immer noch so an, als ob der Griff wär. Das Blöde ist, ich hab halt einen Kogummi Mund. Und das knappt schon ein bisschen manchmal. Das ist eklig. Holt ihr euch jetzt hier erstmal noch was zu essen, oder wie? Und meine Hände sind auch etwas, ja, rot. Und ich weiß nicht, ich fühl's komisch an. Ein bisschen meine Beine. Meine Hose ist ja auch zum Glück fast gar nicht staubig oder so. Oder sandig. Vor allem immer, als ich so in der Kurve war. Ich hab mich so hoch gedrückt, fast auch nicht, bis ich das gemacht hab. Aber auf jeden Fall, ich muss mir diese Videos anschauen. Das ist, glaub ich, mega cool gewesen. Hat echt mega Spaß gemacht. Boah, schreibt gerne in den Kommentaren, damit ich auch schon mal gemacht hab. Und wenn wir sagen, könnt ihr hier auf den Kanal abonnieren. Hier links und rechts gibt's auch zweifach Videos. Schaut die gerne an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Max und ciao!